Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Atea08. Heute habe ich eine SBC abgeschlossen, ein 1 von 4 Jahresrückblick-Spielern und die machen wir jetzt gemeinsam auf. Das ist jetzt dieses Jahresrückblick-Spieler-Wahl und jetzt machen wir es auf. Oha, einfach Melito gezogen. Sehr gut, sehr gut das Pick. Also, ich kann es euch nur empfehlen und würde damit sagen, das war's mit dem Video. Ciao.